104 Meter. Da ist noch so eine Statue. Guck mal. Ja, geil. Das ist ja easy. Okay, in dem Wagen ist, glaube ich, nichts drin. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, nachher bricht dieser Stadtteil weg. Okay. Gehe ich auch noch mal eben in die Kirche zu diesem Pfarrer da. Der sah doch auch vertrauenserweckend aus, oder nicht? Ah, kein Problem. War notwehr. Nein. Oh, Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte. Hallo. Hallo. Haben Sie ein kleines Mädchen gesehen? Hallo? Hallo? Seine Seele ist jetzt rausgesaugt worden und der Typ auf dem Altar steht wieder auf, oder? Scheiße. Laufen, 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 laufen. Das war noch mehr, oder? Okay. Oh. Nehme ich. Haus in. Ja, sehr cool. So. Da ist unsere zerbrochene Axt. Das ist Schießpulver, das ist sehr gut. Alter, dieser Feuerstoß, ne? Der ist aber übel. Da sind doch mehrere angekommen, oder? Da tun sie nicht. Ich dachte hier, wir haben zwei reingekommen, aber hey, okay. Ich beschwere mich nicht. Nicht, durchschwere mich nicht. Oh, oh. Meine Kirche, Junge. Meine Kirche. Speichert. Okay. Alles klar. Dann gehe ich nochmal eben zur Werkbank und baue uns neue Munition, würde ich sagen. Das ist tatsächlich ein bisschen, äh, äh. Ja. Wie soll ich sagen? Knapp mit der Munition hier. Mach auf. Oh, sehr gut. Aber, Junge. Mach die Taschenlampe aus. Oh, oh, oh. Mahlzeit, O'Neill. Ich bin's. Hm. Nachstellung. Schrotmonition. Kostet fünf Schießpulver. Okay. Können auf jeden Fall noch eine Spritze machen. Hier ist nie verkehrt. Und, Junge. Äh. Zwölf. So. Können wir jetzt hier irgendwie einmal durchladen? Hm. Okay, die hat noch einen Schuss im Magazin. Ich wollte zwei Magazine auf Reserve haben. Das heißt, da gehen jetzt noch Punkt Schuss rein. Die machen wir auch noch eben. So. Und dann. Dann würde ich sagen, leveln wir auch noch eben, oder? Jetzt, wo wir gerade hier sind. Und vielleicht können wir ja schon was mit dem... Ach, andere Seite. Vielleicht können wir ja schon was mit dem, ähm... Schlüssel machen. Okay. 4300 Points. Sie haben etwas mitgebracht. Ein Schlüssel? Exzellent. Ja, bitteschön. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Na los. Öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Oh, cool. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht. Okay. Was ist denn hier? Oh, zehn Schießpulver. Nein. Dankeschön. Dankeschön. Wow. So viel Munition. Brutal. Wollt doch noch leveln. Setz dich da wieder rein, Mensch. Wütze auf. Jawohl. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Ohne Säuselstimme, du meine Güte. Ich würde gerne hier was mit meinem Reden. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände. Der Stuhl. Sie. Als hätte sich rein gar nichts verändert. So, Gesundheit, Kampf. Verringert das Wackeln. Okay, das ist auch schön. 3000. Ach, das ist Flaschenbrecher. Ich würde aber gerne hier diese beiden hier hinterhalten. und Raubt hier. Würde ich gerne machen. Ich glaube, das bringt uns weiter. So. 4000 geht nicht. Oh, da fehlen uns 200. Oh, schade. Okay. Jetzt kannst du aufstellen. Jetzt kannst du aufstellen. So. Zap, zap, zap. Ach, das ist auch eine Bergkwang. Ich gucke in den Spiegel. Wunderbar. So. Zurück in Union. holen wir uns mal die Hüterarmbrust. Schaden. Hm. Nachlagen. Sehr gut. Ist auch die Kiste auf dem Wagen. Hm. Ja. Also es dauert immer ein bisschen, bis er das ausführt, was man ihm sagt. Ist natürlich hart. Kann ich da auch mal... Guck mal, der ist ja dann so. da. Da sind die Hüter. Zwei... Drei Stück. Vier Stück. Vier Stück. Vier von unseren Freunden. Okidoki. Ich gucke mal eben die Lampe aus. Und hier ran. Ich hoffe, ich höre nur die draußen auf der Straße hier. Das Pülver. Sehr gut. Das ist ja noch eine Pflanze. Ok. Mit Heilung haben wir also wenig Probleme. Hm. Sehr schön. Ok. Ok. In der Ecke? Nein. Ok. Was liegt da? Information. Willkommen in Union Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadt-Charme und modernem Komfort. Umgeben von zahlreichen Naturwundern kommen Sie und erleben Sie einfachere Zeiten. Wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden, lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union. Schön, dass Sie hier sind. Leck mich am Arsch. Hier hat sich bisher nur jeder gefreut, mich zu fressen. Interessant, interessant. Interessant. Ok, hier kommen wir also nicht weit. Na gut. Ah. Ah. Oh. Jupp. Nehme ich. 160. Wird immer noch mal eine Waffenverbesserung in Angriff nehmen. Taschenlomber aus. Eww. Metallrohr. Dankeschön. Geht's überall lang. Das ist ja Open World, Alter. Das ist ja übel. Erstmal eine Mülltonne wühlen. Das ist wie bei Stardew Valley. Super. Es wird aber lauter. Könnte ich mich irgendwo verstecken? Da ist eine Pflanze rechts. So. Zwei randalieren da rum. Einer trockelt da blöd rum. Und da ganz hinten sind auch noch zwei, drei, vier Stück. Sechs. Okay. Können wir da irgendwie einen Bogen drum machen? Oder irgendwas Tolles? Oh. Dankeschön. Schießpulver im Auto ist immer gut. Oh. Ja, du machst das toll. Mach weiter. Mach weiter. Schön weitermachen. Ja. Und noch ne Angst. Super. Das ist also so ein One-Shot-Kill quasi. Dieser Akt aber ist dann halt auch weg. Oh, Waffenteile. Ja. Schieß drüber. Und hier ist wieder so ein Sieg. Güteranbrust. Genau, das Ding suchen wir. Ne mit. Ne mit. Also da ist ne Sicherung. Okay. Hier kann man dann hoch, aber da kann man nicht rüber, ne? Aha, witzig. Witzig. Ah, das ist ne schnelle Drehung. Oh, nice. Knick, knack. Okay. Hier noch irgendwas Tolles im Auto drin. Dun, du, 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 du. So. Da sind ne Menge. Da oben auf dem Dach auch noch. Komme ich da vielleicht eher hin? Halleluja, okay. Hallo. Oh, schade. Okay. Der will nicht. Dann geh ich mal hier rum. Oh, da liegt wieder was. Man hört zu Humoren. Man hört zu Humoren. Ich wollte mal eben fragen, wie es hier so aussieht mit, äh, Gesundheit. Oh, kein Stress. Kein Stress. Das mit der Untersuchung können wir auch ein anderes Mal machen. Ist in Ordnung. Ich empfehle aber dringend zum Arzt zu gehen. Ups. Ich bin doch auf der Suche nach diesem Lagerhaus. Da, da ist die Aldi. What the fuck? What the fuck? Was hast du denn? Was hast du denn? Ja. Du musst dich bei Tinder oder, oder Labu anmelden und nicht hier einfach stöhnen durch die Straßenrennen. Da findest du eher jemanden. Ehrlich. Okay, jetzt sind wir hier einmal durch den Hinterhof gestritten. Da ist ein Bus. Da ist die Leiter, wo ich hoch möchte. Und das Mädel da oben ausknipsen will. Alter, alter. Das macht aber mega Laune. Ja. Okay. Mensch, jetzt knifft. Okay, cool. Ah, da vorne ist die Hüterhahnbrust. Okay, von hier auf einen guten Überblick. Drei. Da hinten im Gebüsch habe ich gerade noch einen gesehen. Also wahrscheinlich nochmal drei. Sechs Stück. Da ist er. Granaten wären okay. Also ich würde Granaten nehmen. Das wäre in Ordnung. Ich kann es nicht nehmen. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Okay. Ja. Lüge. Oh. Ach so ist das. Das sind zu viele. Keine Nachricht von Mobius. Wir sind abgeschnitten. Ich rufe einen Alpha-1-Notfall aus. Du kennst das Protokoll. Alpha-1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Die sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen. Geld hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut. Dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer. Offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Ah, da oben wahrscheinlich hin? Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Das stimmt. Nimm's mit, bitte. So. Oh, oh. Ich geh mal hier hin. Dumm, ne, dumm, ne, dumm. Ja, doch. Kann hier auch irgendwas so in den Kisten ein Angegnern sein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja nicht. So. Super. Dies. Der braucht aber ewig, bis der da aus der Hocke wieder in die Hocke reingeht. Oh, die hat Kopfschmerzen. Da ist ja noch einer. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich hier hoch? Ohne gesehen zu werden. Hallo. 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 Okay, irgendeiner sucht mich. Irgendeiner meint was gesehen zu werden. Oh. Gera. Okay. Fini. Oh, dark. Okay. Oh, dark. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Die zwei hacken da immer noch rum und das Mädel läuft da immer noch. Alles klar. Boah, hey. Das war aber unangenehm. 500 Punkte. Yeah. 500 Punkte. 300. Geh mal ins Gebüsch. Die hat was in der Hand. Da ist ein Zug. Okay. Da sitzt ein Typ im Auto. Lalalalalalalala. Ich bin Tourist. Hallo. Schönen Abend wünsche ich. Okay, da ist nichts drin. Warte mal. Na? Hast du Bock? Okay, die hat keinen Bock. Gute. Gute. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Wiedersehen macht Freude freigeschaltet. Hüterarmbrust benutzen. Linker Trigger zielen. Rechter Trigger spannen. Rechten Trigger loslassen. Schießen ab. Die meisten Bolzen-Typen der Hüterarmbrust dienen als Annäherungsminen. Nachdem sie auf die Oberfläche abgefeuert wurden, Sebastian löst keine Annäherungsminen aus. Wenn du einen Bolzen der Hüterarmbrust auf eine Oberfläche abfeuerst und sich genau gegenüber eine andere Oberfläche befindet, erschaffst du eine Stolperdraht-Falle. Roter Laser beim Zielen zeigt dir an, wo der Stolperdraht entstehen würde. Schockbolzen. Dieser Armbrust Bolzen erzeugt elektrische Sprung im Gegner zu Gegner überspringen, die daraufhin betäubt und manchmal zu Boden geworfen werden. Du kannst damit auch defekte Verteilerkästen oder Wasserpfützen schießen, um besondere Umgebungseffekte zu erzielen. Ah, mit Sicherungen und Schießpulver. Mit einem gezielten Tritt kannst du am Boden liegende Gegner erledigen. Gut. So, pass mal auf. Das Ding kommt jetzt dahin von dieser Heilungsspritze. Harpunenbolzen. Mit diesem Bolzen spießt du getroffene Gegner auf. Harpunenbolzen erzeugen beim Aufprall kein Geräusch und können daher bestimmte Situationen recht nützlich sein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, der fuck. Hallo. Ah, guck mal, die steht im Wasser. Okay. Oh. Schießpulver. Sehr schön. Ah, ja. Okay, da oben sieht man dann... Okay. Ich verstehe. Drei Schuss. Okay. 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 Was haben wir hier noch? Ich geh mal hier hin. Zum Rand. Da haben wir nichts mehr. Hier haben wir auch nichts. Alter. Was zum Henker? Lagerhallen. Da ist nochmal so eine Stadt. Da ist auch nochmal irgendwas. Okay. Heftig. Oh. Hallo, mein Freund. Hallo. Dich mag ich gerne. Warte mal. So, nee. Das waren die Anschnaller. Ich dachte, da lag noch irgendwas drinnen. Okidoki. Let's go. So, kigert denn hier noch jemand rum? Drei Stück. Alle da vorne und zwei hier. Keine Zeit von den Communicator. Sorry. Da liegt man aber so. Das hätte ich ja, ne? Pistolenmunition. Das wird der Typ da sein. Den schnapp ich mir mal eben. Mach schneller. Okay, danke. Blau. Was macht dieses Mädel da? Da sieht man noch ihre blonde Mähne. Oh, weh. Uh. Uh. Ja, ganz toll. Hier brennt's. Hier brennt's. Hier brennt's. Hier brennt's. Und ich glaub, die da hinten hab ich auch gesehen. Der da hinten aber irgendwie nicht. Okay, die hatte auch keinen Bock. Die hatte keinen Bock nachzugucken. Grünes Gegendibar. Naja. Das sind halt alles Erfahrungspunkte. Die würde ich gerne noch eben mitnehmen. Die Frangé. Die Frangé. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Dich krieg ich, mein Freund. Dich krieg ich. Dich krieg ich, mein Freund. Oh. Keine Knauze. Hallo. Dreck sagt. Ich wollte doch nur einmal schützen. Mann. Ist der doch immer gleich ein Dreischussbein senst. Schande. Wollte die Munition noch mal sparen. So wird das nix. So wird das nix. Lad mal nach. Dankeschön. So. Dann haben wir den Platz hier aber auch komplett geklärt. Haha. Nice. Hier alles sauber. Was haben wir da noch? Ersatzteile. Okay. Warte mal eben. Wir finden noch. Haben wir uns hier nicht irgendein Inventar? Kann man das hier sehen? Ah, da rechts. 7100 grünes Gel. Oh, dann. Warum gehe ich doch nochmal eben zurück zur Werkbank, wa? Da, 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 da. Das ist schön. Jetzt können wir uns nämlich hier vor dem Unterschlupf ein bisschen freier bewegen. Wohl, da ist noch so eine Veranda. Das Häuschen hier. Können wir hier irgendwas machen? Nicht. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Ah, okay. Das ist die andere Seite von diesem Unterschlupf, wo wir reingekommen sind. Die Tür ist offensichtlich verschlossen. Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen, aber schade. Gut. Freunde, Freunde, Freunde. Dann lass mal eben in den Unterschlupf. Schlupfen. Käffchen. Wir könnten Käffchen trinken. Mahlzeit, O'Neal. Nicht erschrecken. Ich bin's. Trink mal einen Kaffee. Ah. Ja. Ja. Das tut gut. Das tut gut. So. Erzähl mal. Waffenverlösserung. Feuerkraft. Kostet 100 Teile. Jo. Das ist das hochwertiges Teil. Ich halte Stufe 2 Verbesserung für Feuerkraft. Magazin. Das Feuer. Okay. Willst du hochwertiges Teil verwenden? Jo. Nur das Beste. Wunderbar. Haben wir noch was freigeschaltet? Er erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritischen Schaden zu verursachen. Das sind nur 10%. Okay. Das letzte Teil. Das wird lustig. Ah. Kritische Treffer. Erstmal die Feuer. Die Handfeuerwaffe richtig aufbrätseln. Guck mal her. Fünf Schuss Munition. Da will ich mehr haben. Gib mir mal 15. Okay. So. Ach, warte mal. Das mit der Steuerung ist noch ein bisschen kritisch. Wir haben noch zwei Metallrose. Das heißt, wir können fünf. Papuen gelbzen. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ein Schockbolzen. Davon haben wir zwei Stück. Da ist da auch nochmal ein von. Dann haben wir drei von jeder Sorte. Jo. Und jetzt gehen wir level. Links rum. Ich hab's mir gemerkt. Schön. Und Waffenteile. Achso, weil wir wieder an der Werkbank vorbei gelatscht sind. Alles klar. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Bestimmt auch ein Achievement, wenn man hier irgendwie eine Stunde einfach nur rumsitzt und sie angafft, oder? List. Okay. 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 Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Schneller schleichen, wenn man in der geduckten Haltung ist. Ja. Können wir uns schneller anschleichen, das hätte ich gern. Wunderbar, wunderbar. Perfekt. 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 Super Sache. Und wieder gedrückt halten. Ja. Super. Dann gehe ich nochmal eben speichern. Mit voller Energie und alles aufgefüllt und ausgegeben. Halte ich für eine gute Wahl. Sehr schön. Resonanzen, Kapitel 3. Okay. Okay.